Die Evangelische Jugend im Rheinland ist das Dach aller Aktivitäten der Kinder- und Jugendarbeit auf dem Gebiet der Evangelischen Kirche im Rheinland. Zwischen Emmerich im Norden, über Köln und Düsseldorf bis zum Saarland im Süden sind rund 120.000 Kinder und Jugendliche engagiert. Manche in den 694 evangelischen Gemeinden und 38 Kirchenkreisen, andere in einem der neun evangelischen Jugendverbänden und Einrichtungen. Mit dazu gehören natürlich auch die wunderbaren Ehrenamtlichen, ohne die diese Aktivitäten gar nicht stattfinden könnten, und die beruflich Mitarbeitenden, die Grundlagen schaffen und die Ehrenamtlichen aus- und weiterbilden. In der Delegiertenkonferenz der Evangelischen Jugend im Rheinland werden gemeinsame Interessen besprochen. Alle 38 Kirchenkreise und neun Werke und Verbände schicken dazu ihre Delegierten. Das sind Menschen, die sich für ihre Themen einsetzen wollen. Manche arbeiten hauptamtlich, zum Beispiel in einer Gemeinde oder einem Kirchenkreis. Andere arbeiten ehrenamtlich in der Jugendarbeit vor Ort. In der Delegiertenkonferenz arbeiten sie alle zusammen an den Themen, die für Jugendliche besonders wichtig sind. Das sind manchmal ganz konkrete Probleme vor Ort, wie die Bedrohung von Wohnraum und Natur durch den Braunkohletagebau, und manchmal geht es um große Fragen und Projekte, wie Jugendarbeit, die gemeinsam mit anderen Religionen und Kulturen funktioniert. Die Delegiertenkonferenz wählt sich einen Vorstand, der sie gegenüber der Kirche, anderen Jugendverbänden und in der Öffentlichkeit vertritt und die Beschlüsse der Delegiertenkonferenz umsetzt. Zu besonderen und aktuellen Themen bildet die Delegiertenkonferenz Fachausschüsse, zum Beispiel zum Thema Glaube und Leben oder für interkulturelle und ökumenische Jugendarbeit. Die Ausschüsse sorgen dafür, dass die Evangelische Jugend im Rheinland bei allen wichtigen Themen aktuell und informiert bleibt. Ungefähr alle vier Jahre veranstaltet die Evangelische Jugend im Rheinland das Jugendcamp. Ein großes Festival für Jugendliche und ein großer Spaß. Denn das Programm machen Jugendliche für Jugendliche. Unser Zeichen ist das Kugelkreuz. Das Kreuz auf der Weltkugel. Denn beides gehört für uns einfach zusammen. Unser Motto heißt, wir machen Sinn. Denn bei uns gehören Spaß, Gemeinschaft, Action und Glaube zusammen. Denn wir vertreten die Interessen junger Menschen in Kirche und Politik. Denn wenn die Kirche nicht alt aussehen will, braucht sie uns als Experten.